Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück. Wir sitzen wieder gemeinsam am Tisch hier, ja, schönen Freitagabend mit einem Bierchen oder so, ne, hab ja Freitag, ich weiß es nicht. Wir spielen Mikado. Das war Curry-Sick. Das war eine gute Idee. Ja, geil, ne? War richtig cool. Okay, Curry-Sick an oder was? Ja, würde ich sagen, ne? Also, um kurz die Regeln des Spiels soweit zu erklären, man muss, glaube ich, immer ein Stäbchen rauszuholen, ohne dass die anderen Stäbchen sich bewegen. Das geht hier nicht, hundertprozentig geht das nicht. Okay, wir müssen uns echt zusammenreißen. Da darf keiner, da darf auch kein, Alter, warte, was ist denn hier? Ja, komm, jetzt go, Curry fängt an. Wer soll anfangen? Okay, die Liste, wie viele Punkte, alles klar, Tobi, toll. Äh, achso, ist der Pan. Hä? Okay, Green, ey? Wir machen mit Videobeweis, ne? Ah, voll. Ich glaube, ich glaube, hä, ist das? Okay, hä? Jetzt Pan, nein, ich glaube, du musst die, du hättest ihn in den grünen Sack schmeißen müssen, oder? Warte, nee, warum, das ist doch mein Fabian. Ah, ne, Red Player, ah, Red Player, okay. Du hast die einfach da reingepackt dann, ne? Wie kann man die wieder rausholen? Gar nicht, gar nicht, gar nicht, brauchst du ja nicht. Der Curry darf ja dann jetzt nochmal. Ich muss auch wissen, wie viele, wie viele Sticks ich, wie viele Punkte ich hab. Das siehst du unten rechts, achso, ah. Nee, wenn du, du kannst, wenn du über deinen Sack gehst, quasi. Oh, die Punkte stehen da oben. Ah ja, Run, Red Player, Sticks, okay. Ja, aber ich hab ja, ich hab ja einen grünen da reingetan. Muss man sich das gleich selbst aufschreiben? Drei, drei Punkte. Sorry, drei Punkte. Wieso zählt das nicht mit für uns, das verstehe ich? Warte mal, musst du das jetzt echt... Drei Punkte? Ich dachte voll so. So, hier, guck mal, da. Oh, leg die einfach hier hin. Hä? Man kann die einfach da hinlegen. Also, ich bin nochmal, ja? Okay. Warte, warte, wir müssen erst alle gucken, ob sich da auch nichts bewegt. Ja, Videobeweis. Da hat sich was bewegen, ich hab's genau gesehen. Ey, was laberst du für ein Scheiß? Ey, geh raus. Ich rufe ja den Köln an, Videobeweis. Ähm. Hä? Was ist das denn? Warum fliegt da eine Frage? Hä? Nein, gib her. Gib mir mein Sticks. Da hab ich die aus Versehen gegeben, leg den einfach hier hin. Ich hab den nicht. Warum fliegt der Fragezeichen? Bei mir ist der einfach weg. Bei mir fliegt auch ein Fragezeichen. Hä? So, jetzt. Das ist die beste Kato-Spieler-Welt. So, ich sag nochmal, ja? Ja, warte, warte. Jetzt wird's tricky, Alter. Jetzt wird's schwierig. Jetzt wird's nochmal, alle das beobachten. Okay. Okay, ich muss ein bisschen angucken. Oh, das wird... Da hat sich was bewegt. Ah, da hat sich was bewegt. Echt jetzt? Ja. Okay. Jetzt ist bewegt. Okay. Hä, wie soll man die denn da rausholen, ohne dass die einen nach oben gehen? Ah, egal. So, Pahn, du bist dran. Du bist dran, ja. Geil, Mikado, ey. Ist das spannend. Ach, doch mal, guck mal. Hä? 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 Da habt ihr den, der hat das... Aber man legt doch bei Mikado keine Stäbe zurück, Leute. Achso, okay, ja gut. Dann sorry, tut mir leid. Das ist, das ist ja... Ey, Pahn, schreie nicht so rum, dass es zu laut ist. Curry, Curry. Entschuldigung, ey. Tobi, du bist dran, mach jetzt, Tobi, komm. Warte mal, ich muss. Erstmal muss ich, warte mal. Man kann ich, man kann dich Sticks ja auch einfach so rausschießen indem man fliegt, oder so, ne? Ob das hier geht, weiß ich nicht. Oh, unfassbar. War gut, ne? War gut, hat er gut gemacht. Gibt zwar nur zwei Punkte, also schlecht, Tobi, aber egal. Das ist mir jetzt gerade mal echt voll egal. Ähm, Curry, was machst du? Wir brauchen so... Oh, der hat blauen, alter, 10-Punkte. Aber was für eine Sau. Ähm, der hat zwei blauen. Hä, nee. Einmal gelb, einmal blau. Ich dachte, der nimmt den jetzt. Ja, mach ich auch. Ho, 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 Tobi, du cheatest aber wieder. Der Tobi hat die Physik ausgesählt. Ich will gerade so hart auf Flip drücken. Nein. Ey, das gibt's doch nicht. Der kann alle da runternehmen einfach. Ja, klar. Deswegen hat der auch Mikado vorgeschlagen. Äh, nee, 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 nee. Hab ich genaues erhöht. Aber was soll ich denn jetzt nehmen? Soll der Curry sich jetzt noch einen grünen nehmen, weil er den noch zurückgelegt hat? Nein, 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 nein. Das war ein roter Pan. Das war der rote, den du gerade... Willst du mal einen roten? Nein, nein, nein. Das Problem ist, ganz kurz, wenn ich jetzt so ein Ding anklicken, ne? Dann gehen wir nach oben, ne? Nach oben, ne? Das ist voll scheiße. Dann versuchen, den zu flicken oder so. Oder irgendwas zu machen halt. Ich glaube, das geht nicht. Also normalerweise würde ich jetzt hier am Tisch sitzen, würde ich den einen grünen hier unten nach rausziehen, ganz elegant. Aber es geht ja nicht. Weil sobald ich die Maus natürlich draufsetze, also... Es könnte sein, dass das geht. Warte mal. Ja, versuche ich da noch. Der liegt ja auch auf den grünen. Guck mal, der liegt ja einfach nur so, da liegt gar keiner drüber, Hase. Und der grüne. Ja, genau, genau, genau. Ich gucke gerade bei dem hier. Ja, nimm ihn einfach mal. Ansonsten, wenn sich's nach oben bewegt, ist er... Ne, man muss ja jetzt nicht zu klein sein. Du schiebst ihn ja nur nach oben. Ja, das ist alles nach oben. Sag der Tori mit 50 Punkten. Ja, ist halt echt so. Ja, aber der geht ja nach oben, wenn er den anklickt, Pan. Das ist das Problem. Ja, hier nach oben. Ah, das meinst du. Den hab ich genommen. Oh. Jetzt hab ich den. Ich geh da oben, was da... Ich hab nichts gesehen, nee. Okay, nächster. Ja, ja, gut. Alles legitim. Wie gesagt, wenn sich die ganzen Sticks quasi hoch und runter bewegen, dann weiß man nur, dass das vom Klicken ist. Das, Erik, das war jetzt mal gar nicht. Das war wirklich schlecht. Jetzt hat er Curry aber ein Geschenken. Jetzt hat er ein Geschenken. Curry. Was denn? Ich versuche den mal da raus zu flicken. Ich versuche das jetzt mal. Die meine ich gar nicht. Hä? Curry, übt das jeden Tag? Dann kannst du auf Flick drücken. Auf Flick, hab doch. Ich sag, das ist doch nicht eine Zeit. Wo ist denn Flick? Wo ist Flick? Da, der Finger, der Schnipsfinger. Welcher Schnipsfinger? Ich hab's in der Leiste. Okay, okay, okay. Krass. Okay, ich darf nochmal, ne? Ja. Warte, ich probiere das mal. Oh, krass. Also brauche ich ja gar nicht. Ich kann ja... Ich hasse, dass der Curry immer die Beschreibungen ließ. So. Ich darf nochmal, oder? Also... Ja, Zinsen. Nein. Ah, Curry. Ah, nein, nein, nein. Aha, Curry. Ich hab's den E-T-V hier. Das ist egal, verlang das Zimmer. Sofort. Ich hab grad noch meine... Ich hab grad noch meine VR-Brille auf. Oh. 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 Aber mit den Schlitten. Wie geht das? Wie rum muss ich das machen? Pan, mach einfach. Aha. Den kann ich! Mann. Aber darf sie sich den Stock jetzt trotzdem nehmen? Ja, ja. Die darf. Nee, nee, ich hab den nicht rausgezogen. Ach so, okay, okay. Okay, ja, geil. Toll, Pan, toll gemacht. Gut gemacht. Ich werd noch aufholen. Okay, Tobi, ich weiß genau, welchen du nimmst. Ja? Ich grad noch nicht. Das ist so offensichtlich... Ja, klar. Nee. Nee, wirklich nicht. Alter. Hilfe, ich kann die Kamera jetzt nicht drehen, warte, aber ich muss die mal ganz kurz hier ablegen. Ey, 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 der hat abgelegt, das darf man nicht. Ach, Curry, halt die Klappe. Also bitte. Was soll wieder malen? Was soll denn die? Ey, wir müssen aufpassen, dass bei Tobi sich nicht bewegt, ey. Ja, ey. Ah, ey, ey. Ja, geil, guck mal, tschüss. Nee, 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 du hast immer nur einen, Tobi, du Arschloch. Du hast den roten, den roten wolltest du haben, den kannst du nehmen. Nee, nee, ich hab ihn ja nie rausge... Also eigentlich hab ich ihn schon rausgekriegt, aber egal, scheiße. Okay, du kriegst den nie raus. Nee, ich bleib immer drin für immer. Klebt immer voll fest, ey, wa? Ja, geil. Da kommt doch immer mein Bastelkleber vorher raus, dann. Du musst aufpassen, dass sich da beim Eriks nichts regt. Das ist wichtig. Da regt sich schon lange nichts mehr. So, wenn ich schnipsel will, wie mach ich denn das am besten? Musst du genauso rausfinden? Du musst in die Richtung, du musst in die Richtung... Ja, jetzt, jetzt, ja. Alles klar. Nein. Ah, hat sich trotzdem bewegt. Oh, Mist, ich hab... Ah, warte. Ja, egal. Ich hab das erst reingeschnipst, ich hab das falsch geschnipst. Ist ja auch nicht so wild. Arschloch. Angeber. Raus. Mann, Mikado ist scheiße. Hey, was sollen die Kacke jetzt paaren? Ist das lustig oder was? Wie der einfach so rüberfliegt. Okay, ich probier jetzt was richtig krasses. Boah, das muss ich mir angucken. Curry, das wollte ich auch gleich probieren. Hau auf. Was war ich denn hier? Hey, was wolltest du denn probieren, Tobi? Nee, nee, lass mal. Probier mal, hör mal, hör mal. Nee, Curry. Nee, nee, das wird nix. Hä? 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 Okay, ich leg den wieder zurück. Hä? Ja, jetzt hast du den Tobi geschenkt, weißt du, ne? Nee, Pan. Ach, Pan, ja gut. Warte, ich... Oh, 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 willst du mir rühren? So, ja, hier. Okay, ich bin dran. Ja, du bist dran. Ich spiel mir wahrscheinlich voll schlecht, einfach. Pan, will. Ist doch scheißegal. Ja, das spielt keine Rolle. Alles hat dein Ernst. Jetzt mach ich euch richtig fertig, ey. Okay, raste aus, Pan, komm. Raste jetzt richtig aus. Hör auf! Nein! Ah, nee, ich hab gesehen, der hat sich... Nein, 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 hat sich... Alles gut. Hat sich... Ey, was war's? Schäbst du dich nicht? Ey, so... Ey, stopp! Ey, der nimmt direkt zwei. Willst du mich verarschen? Wollte ich gar nicht. Ey, du hast dir in deinen Sack getan. Aber Leute... Curry, bitte nimm die Hand von meinem Sack. Also du hast dir in deinen Sack getan. Wie krieg ich den da raus? Ich hol den jetzt da raus. Ist mir scheißegal hier. Ja, ich hab da, ne? Ich gucke. Aber da bewegt sich auch leider gar nichts. Wir passen schon auf, fahren, ja. Aber bei mir regt sich auch schon länger nichts mehr. Das wird... Curry. Das wird wieder... Ah, jetzt aber, ne, oder? Ne, das war einfach nur vom Klicken. Alles gut. Das war vom Klicken, hab ich auch gesagt. Irgendwie fühl ich da grad ein bisschen unfair hier. Fahran, du bist voll gut. Das ist halt... Das ist Mikado. Das ist genau so. Hä? Da hat sich was bewegt. Was? Ich lege ihn auch wieder da hin. Curry. Jetzt hat sich was bewegt. Jetzt hat sich was bewegt? Echt? Ich glaube, der Blau hat sich bewegt. Ich bin mir nicht sicher, ob wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, dann hast du es jetzt gesagt. Ja, toll. Ich kann mich auch getäuscht haben. Ne, ne, dann ist okay. Ich weiß es nicht. Tobi, du bist dran. Meine Brille ist schmutzig. Ich weiß es nicht. Hast du was bewegt? Stopp. Das Einzige, was dich bewegt, ist dein Penis, wenn du meine Bilder siehst. Ja, wünsche dir gern. Wünsche dir gern. Tobi, wenn du mir nicht selber gemalt bist. Die sind da schon wieder los mit dem Tobi, Alter. Die Sticks sind ready. Ey, hast du bewegt? Das ist einfach diese Chemie in Samenstadt. Das ist gar nichts vom Klicken. Ich klicke dich gleich mal. Alter, jetzt reicht's. Nein. Guck mal, wie der da jetzt alle einfach wegnehmen kann. Das ist mir voll oft gesagt. Genau, das macht der auch. Ja, was ist denn jetzt euer Problem? Ich muss mal, ich kann schon mal zusammenbrechen. 15. So, genau. Wohnt's bei mir gar nicht. 10. Haben wir. 16. Ich hab 18 Punkte. Ich sollte 50 haben. Toll, Tobi, du machst das echt gut. Tobi, hau rein. Tobi, sag Bescheid, wenn du fertig bist. Wenn ich eins kann, dann ist es ein Mikado. So. Zack. Hat's bewegt. Stopp. Alter, wollen wir zusammenrechnen? Arschloch. Tobi, du hast ein paar Sticks in deinen Sack getan, ne? Ja, stimmt. Übrigens, Pan. Ja. Krieg die da wieder raus. Der ist von Tobi, der hab ich dir dahin getan. Oh mein Herr, Thomas. Toll, ey. Warum musst du eigentlich immer schummeln? Warum musst du immer schummeln, Erik? Ich hab aber diesen Drang, Curry. Was soll denn die Scheiße? Ich weiß auch nicht, was das soll. Kann man mal bitte nach den Regeln spielen? Ja, Mann, Curry, ich bemühe mich die ganze Zeit, aber ich bin da einfach ein Unlauter des Mitglieds der Gesellschaft. Mann, ey, ganz ehrlich, ich komm jetzt mal raus. 15, 35. So, das war das letzte Mal, dass wir Halma gespielt haben. Halma? Äh, war schon in den Gado. Hey, wir kommen jetzt Halma. Du bist besoffen. Ja, der ist gewonnen, Mann. Also ich hab 29. Ich konnte leider nicht zählen, weil der Tisch weg ist. Hase. Was denn? Hase? Mach mal den Tisch da wieder hin. Also ich wäre dafür, dass wir noch einen Durchgang machen eigentlich. Hä, da links steht Joint. Mach mal den Tisch zurück, Erik. Da liegt eine Zigaretten-Schachtel. Oder ist doch, wir gucken mal, wir haben jetzt die Hälfte von der Folge. Sollen wir dann das nächste Spiel direkt starten? Was, die Hälfte von der Folge? Von uns her Minuten? Oh Gott. Wir sind schon, was, ich? Was ist denn mit dem Tobi, Alter? Warum hat der Tobi eine Schere mit Herzgriff? Das soll ein Wal sein. Das ist ein Wal. Achtung, Monetarisierung, goodbye. Das ist ein Wal mit Wal mit Krill-Sammler. Ja, stimmt, hier so. Ja, oder wir können auch das andere probieren, aber ich weiß nicht. Ich fände es halt lustiger, weiß ich nicht. Also müsst ihr entscheiden. Ich mache alles mit. Ist das der hier? Ach nee, der macht ja alles. So. Ja, einfach so. Das Nippelauge, ey. Boah. So. So. Ja, das. Ich liebe dieses Game, ey. Ey, auch mal fahren. Ja, Mann, ey. Das hat sich jetzt richtig gelohnt, das Spiel. Ja, wir können auch das andere noch mit reinnehmen. Ist egal, ne? Ja, also ich bin... Können auch noch bei Mikado spielen, ist das egal. Wir können auch noch mal Mikado spielen, also... Ja, dann machen wir noch mal Mikado. Ja, es fängt voll wie besser. Wie machen wir das? Können wir das noch mal machen? Äh, Erik, kannst du Mikado noch mal neu laden? Was ist das denn? Ähm, ja, wenn ich wüsste wie. Oh, Mist, man sieht bei mir dann hier zu... Ah, ist auch egal. Menü vielleicht, unter Menü und dann, weiß ich nicht. Oder unter Games, ich weiß nicht, das kannst du nur auswählen, glaube ich, ne? Okay, ja, Games. Achso, muss ich dann hier einfach noch mal... Oh, Scrabble, Alter. Ja, das wäre halt auch cool, ne? Kriege ich gleich wieder Atmung hier. Da ist Mikado. Ich lade mal Mikado. Ah, cool. Geil. Cool, geladen. Kannst du nicht restarten? Guck mal, da ist ein Ding an der Mitte. Kann man nehmen. Kann man... Gibt es denn kein Restart? Doch, Restart musst du auch machen können, eigentlich. Ja, genau. Hä? Wo sind wir denn jetzt? Was ist denn hier? Ich habe keine... Aber wir sind immer noch hier, in dem Raum. Äh, das ist ja cool. Schauen wir mal meine Sachen wieder weg. Warum nicht malen, alle? Hör auf, da will ich nicht. Hä, jetzt sind wir in der Kirche, WTF? Hä? Wir spielen im Taufbecken. Aber wie resette ich denn jetzt hier die Karte? Katsching. Unter Options vielleicht oder so, ich weiß nicht. Edit Note? Oder so lange zurücksetzen, bis wir halt wieder auf dem Stand, Start sind. Gravity 50, ja, lasse ich mir alles. Äh, ich kann ein Menü. Warte mal, Controls, Kamera, Advance. Was hast du denn? Äh, Kamera, T-Check. Server Name. Oh, cool. Jetzt sieht man noch das Passwort. Hallo? Big Space. Das Passwort hat keiner kennt. Das Passwort, das wir immer nehmen. Wir sollten ein anderes Passwort nehmen. Ja. Notation Degrees, okay. Oder wir gehen nochmal eben raus, du machst nochmal eben ein Neulobby auf. Also, das ging, glaube ich, einfacher. Das würde, ich habe mal eine Frage. Ja. Was macht ihr mit dem Tisch? Was passiert hier gerade? Ich habe den Tisch. Kickela Krakel. Du hast doch gesagt, das ist das Taufbecken. Ich habe es nur blau gemacht. Ach so. Und die Paar macht eh voll rein. Ja. Ja. Wir sind im Hochbegabten konkret. Ich krieg den Lackrakel. Ich will Lackritze. Schlumpf. Ich will als Schlumpf gehen. Tobi Scheiter. Horizon. Da ist ne Box. Was ist denn Joint? Ey, was ist denn das jetzt hier? Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert. Tut mir leid, liebe Zuschauer, für diese ganz komische Folge. Ja, komm, lass mal ein Neulobby aufholen. Sollen wir nochmal ein Neulobby laden? Das geht schneller. Ja, komm. Oh, mein Menü. Ja, geil, Tobi. Du rastest wieder auf. Du Arschloch. Du blödes Gitzerschwein. So, wo müsste ich jetzt hin? Einfach nur Main-Ming. Blöd nennst du mich nicht. Was? So, da hau rein. Erik, komm, hau rein da. Alles klar. Ich lade. Erik, heute noch. Wie komme ich hier raus? Wie komme ich hier rein? Server? Ach da. Durch die Tür. Haben wir noch HWSQ oder was? He, he, he. Hey, Tobi, hörst du mal auf? Ist das lustig oder was? Ich geh mal Main-Menü. Ich mach jetzt einen ganz neuen Server. Ja, genau. Du musst Main-Menü und dann neue Server. Ja, wird geil, wird geil. Alles klar, gleiche Server, gleiches Passwort. Okay, auch HWSQ oder was? HWS, was denn? Platin. Nichts. Also HWSQ, HWSQ-Server. Das ist nur noch auf dem Bergenstand, ne? Das ist noch auf dem selben Stand. HWSQ. Und dann verstehe ich. Hä? Okay, dann mach ich einen auch. Warte, HWSQ. Der hat Autosave gemacht. Ich kann mich mit dem Spiel nicht aus. Deniz. Okay. Aber das ist nice to know, wegen Autosave. Das ist wegen Mensch, äcker dich nicht. Das ist gut. Ja, das stimmt. Ohoho. Mikado. Wer spielt denn sowas? Okay, bei mir ist ready. HWSQ, wie bei Erik. Mit Q. Okay, warte. Mit Kuh, ja? Hallo? Kauf dir weg. Ja, ey. Ich kann euch auch einladen, also. Na, bitte. Der hätte ewig aber nicht hingekriegt. Alles gut, alles gut. Ich kann mir die Farbe aussuchen. Wieso? Ich hab das voll doof. Aber mir ist eh egal, ich kann das gar nicht. Bobi saß da vorhin auch. Nee, stimmt gar nicht. So, können wir, oder was? Ja, los. Warte, warte, warte. Ich muss die Kamera justieren hier gar nicht. Ich finde, dadurch, dass Pan gewonnen hat, musste ich jetzt einfach. Ich hab gar nicht gewonnen. Du hast gewonnen. Fange ich an, fange ich an. Tobi, mein letzter. Wir sind alle bereit. So, jetzt mal bitte mit absoluter Ernsthaftigkeit, ja? Ja, ich bin ready. ESL, Mikado. Sehr gut. Boah, was für ein Zug. Ein unglaublicher Zug von einer sehr starken Spielerin heute. Jetzt überlegt sie, den nächsten Halm zu nehmen. Dort ist ein gelber. Man sieht es bereits. Ja, wird sie den? Nein, da ist sie. Sie hat den grünen Stab genommen. Sehr wankelmütig heute. Da der rote Stab ist vielleicht noch zu gefährlich, zu brandheiß. Da muss man schon gucken. Gerade bei Mikado ans Spiel. Oh! Sie hat das, sie hat es gewonnen. Sie hat es gewonnen. Man glaubt es gar nicht, was hier im Stadion los ist. Ey, warum klatscht keiner? ESL, Mikado. Klatscheier. Oooh, oooooh, oooooh. Da hat sich's bewegt, da hat sich's bewegt, meine Damen und Herren. Man glaubt es nicht, was hier los ist. Die Menge trastet aus! Der nächste Zug. Hey, das war nicht so gut. Hey, was steht denn da? Was? Nix. Stadtbein! Okay, warte, ich bin dran, ne? Okay. Das nächste Spiel der Karyvors. Oh, da schnippt er den roten raus. Das macht er auch zu Hause, wenn er nachts allein unter der Bettdecke ist. Ich schnipp den roten raus. Und als nächstes... Hey, wieso ist denn jetzt hier die Zentrierung so falsch bei mir? Meine Zentrierung ist falsch von der Kamera. Offenbar hat der Spieler Probleme mit der Zentrierung der Kamera. Hey, wie dumm ist das denn jetzt? Und er sagt, wie dumm das sei. Ich hab nur... Ich hab einen gewissen Punkt anvisiert. Er hat einen gewissen Punkt anvisiert. Aber er ist nicht... Warte mal. Warte mal. Hey, was ist denn mit der Scheißkamera? Richtiger Kai-Eble. Etwas ist mit so einer Scheißkamera. Ah, hier. Könnt's nicht genau sehen. Ich bin wieder big in business. Er ist wieder big in business. Currywurst ist zurück. Big in business. Stab nimmt Keevin als nächstes. Da hat er den grünen Stab genommen. Der Keevin... Das ist sein Fighter-Name heute Abend. Oh, oh, oh. Das ist jetzt aber aggressiv. Ein aggressives Vorgehen. Ah, jetzt hat gewackelt. Okay. Ihr müsst mir sagen, wenn es wackelt, ich seh das nie. Aber seitdem er der Skinner-Szene beigetreten ist, hat natürlich auch sein Testosteron-Level ist Tobi dran genommen. Achtung, Tobi. Tobias. Achtung, Tobi. Mit dem nächsten Gas. Tobias mit dem blauen Stab. Er hat ihn sicher. Oh. 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 Und Geld. Oh. Oh. Nein. Was ist mit Tobias los? Was für eine Wende. Tobias hat gewackelt. Und der Stab auch. Harz, jetzt musst du dich aber selber kommentieren. Oh, Erik. So, okay. Jetzt am Zug ist Erik. Vorne, er, hinten. Nick. Schnauze drin. Okay. Er versucht zu schnipsen, aber er weiß immer noch nicht, wie es geht, weil er sich nicht gemerkt hat. Das ist alles Taktik. Muss ich nach vorne, ja, ne? Nein, nein. Ah. Ach, leck mich doch. Ich schnipfe, ich versuche, in die Richtung zu schnipsen. Ich nehme ihn trotzdem jetzt. Ja, nehme ihn trotzdem. Ja. Da kommen sie zu meinem Blauen und meinem Gelben, die hier schon bei mir liegen. Okay. So, ich tu die mal alle hier rein, damit ich mich stören. So. Haben wir meine Zwiebeln? So, ich fresse jetzt. Konzentrier dich aufs Spiel. Haben wir gewackelt? Okay, wenn ihr damit bestätzt, wieder. Da hat keiner gewackelt, Pan. Die krieg ich wieder raus. Ah. Du machst da rechtsklick drauf und Search. Ah. Geweck. Ah, okay. Hier, Tobi. So, Pan, ich pass genau auf. Keine Sorge. Tu ich dir voran, ne? Oh, das war ein super Zug, Pan. Das war gut gemacht. Gut gemacht. Einfach super Leistung. Muss man zugeben. Das ist einfach klasse. Oh, ah. Ja, der nicht so. Hier ist natürlich auch ein bisschen Taktik gefragt, es wird sich gefragt, wann wird der schwarze Stick frei sein. Alle wollen den schwarzen. Alle wollen die schwarze Stange. Egal wie. Ist doch die größte hier in der Runde. Ob flicken, ob ziehen. Ich weiß nicht, ob unsere Regel so geil ist. Theoretisch könnte ich jetzt den schwarzen nehmen und meine Runde wäre es endlich. Nee, 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 das können wir nicht so nehmen. Das können wir nicht so machen. Kannst du dich aber so den schwarzen nehmen, Pan. Das geht nicht. Man muss sich auch vorbereiten. Du brauchst auch eine Einverständnis-Erklärung. Man muss die Lücke erst dehnen, sonst kommt sie da nicht raus. Und das ist ein Antrag vielleicht. Oh, es hat gewackelt. Ah klar, Tobi. Toll, Pan, super gemacht. Tobi's Channel brennt heute. So. Nee, ich meine, dass wir den Stick dann vielleicht doch da lassen. Ja, ja, klar. Das schon. Jetzt habe ich ihn aber genommen. Ist egal. Hä? Okay, wer, wer, wer? Hä? Toll. Okay, ach, Curry ist das. Nee, will ich nicht. Hä? Hat er nicht der Wackelt-Curry? Wir haben gerade die Regeln kurz geändert. Okay, Tobi ist dran. Tobi ist dran. Ich muss ihn wieder zurücklegen. Tobi, let's go. Ja, aber dann habe ich voll viele von denen nicht verdient, oder? Ach, ist egal. Ist doch scheiße, egal. Ich spiel doch nur selbst davon. Wenn was wackelt, kannst du den Zug einfach zurücksetzen. Dann ist er wieder an der selben Stelle. Also du jetzt. Du hast jetzt Server-Ona. Stimmt, sorry. Du bist Korinthator. Dann machen wir's. Genau. Okay, Tobi. Tobias. Okay, geht's Risiko? Überlegt sich. Tobias geht Risiko. Oh, das hat gewackelt. Sorry. Oh, oh, oh. Hat er nicht geschafft? Hä? Das hat gewackelt. Wie ist das gewackelt? Es hat gewackelt. Bei mir hat es überhaupt nicht gewackelt. Echt? Bei mir hat es voll gewackelt. Bei mir gar nicht. Okay. Okay, Entschuldigung. Dann nehme ich mich aus. Ich meine, es hat gewackelt, aber ich habe jetzt leider keine Wiederholung. Okay, also Tobi will's nochmal? Nee, nee, Erik, mach alle. Hä, was? Ja, wir haben noch Kauen ist gerade. So eine Minute nicht am Auto. Oh, 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 oh. Das ist halt Tobi, Mann. So, Erik ist gerade. Den Stab kann ich nicht nehmen, dann wackelt's. Ere. Aber ich könnte den grünen rausflicken, aber ich kann nicht flicken. Du musst immer in die entgegensetzen. Du musst mich flicken. Wie so eine Steinschleuder, weißt du? Oh. Hat aber nichts gewackelt. Hat noch nichts gewackelt, nee. Bei mir hat es gewackelt. Echt? Hä? Ja, Mann. Deine Augen wackeln. So wackelt auch. Nee, da komm ich auch nicht ran. Willst du nochmal probieren? Du musst den Stick jetzt versuchen rauszuholen, weil du mit dem angefangen hast. Muss ich gerade nicht. So akkurat ist das Spiel. Das ist doch. Das ist bei Anna nicht. Nee, das ist... Hä, Curry, wo lebst denn du? Äh, man hat sie... Wenn man sich für einen entscheidet, muss man den doch versuchen rauszuholen, oder nicht? Hä, gar nicht. Cleverie oder was? Okay, dann nimm du halt jenen Stick, den du willst. So. Ja, Herr, Glückwunsch. Du gönn mir doch mal einen einzigen Stick, Alter. Warum ist da jetzt ein Gleichstift? Der Erik ist auch so einer, der nimmt sich jedes Brot aus dem Brot-Dings und guckt sich das vorher an, so weißt du. So, Glückwunsch, du darfst den nächsten rausziehen. So, warte, ich muss erstmal diesen hier. Bei der Gangbang-Party, ey. Was? Ich helf dir, Erik. Hä, warum? Dieser Tobias, weißt du, der Ruhm reicht ihm noch nicht. Sein Mikado-Fame. Ja, eigentlich sollten wir den mal raussperren. Den sollten wir eigentlich mal... Alter, Erik hat vorhin meine ganzen zwei Sticks in seinen scheiß Beutel gepackt. Was wollt ihr vermehrt? Ich hab dir die zurückgegeben. Du kannst doch nie genug Sticks haben, Tobi. Tobias, der hier von internationalen Mikado-Fame berühmt ist, weißt du? Sticks haben's. Wunderschöner, wunderschöner Putt. Das macht er mit aller Ruhe. Ey, was machst du denn hier? Wee! Oh Gott! Ich will das eigentlich nur zurückziehen. Ja geil, danke. Anna! Ey! So. Ähm. Ey. Mist, da liegt der... Das ist eigentlich schon für den Arsch. Ich find's so geil, wie die Hände hier so rumfliegen, sowas. Guck, wir folgen ihnen, wir folgen. Wir machen Bolognese. Ihr alten Triebtäter. Oh, okay, 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 okay. Alter, ist das nervig. Oh, oh. Oh. Oh, was? Ja, hey. Ey, Tobi, das hab ich genau gesehen. Glas rein, jetzt auf hier. Hä? Das war vom Erik, Mann. Das machst du völlig. So, ich tu's mal rein. Was ist hier, was? Hier komm ich da gerne. Erik ist immer noch dran. Achso. Nein, der war vom Erik, Mann. Achso. Was soll, Tobi, dann hör nochmal auf, komm weg. Pack jetzt alle in meine Tasche. Komm, alle mal in den Sack. Ja, ansonsten... Jetzt muss ich noch... Oh, ah ja, 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 ja. Das könnte funktionieren. Oh, er hat ein Ziel im Auge. Es könnte funktionieren. Einmal geflickt. Einmal geflickt. Das nenne ich Genauigkeit. Das ist ganz toll gemacht. Das war eine erfolgreiche Aussparung. Erfolgreich. Hey, Tobi, was soll das? Scheiße, ich kann mit meiner Tasche den Kreis nicht mehr verlassen. Ich weiß was. Oh, du bist immer noch dran, Erik. Du bist ja. Okay. Tobi, einstieg da draußen. Ich weiß dann sofort. Ich mach Risiko. Oh, 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 Risiko. Boah, was? Das ist doch nicht dein Ernst. Ja. So? Ich find's doch geil. Oh, ich hab hier dieses, dieses, äh, dieses Aufploppen vom Discord, ne. Und jetzt seh ich immer, wenn da irgendwelche Leute hier was reinschreiben, ploppt das hier auf. In deiner Aufnahme, oder was? Das stand grad, ich hätt gern einen Kuchen. Schön. Hab ich jetzt leider nicht gesehen, das ist so schnell, den. Boah, aber Kuchen wär' ich jetzt auch dabei, ne? Okay. Ja klar, Tobi. Das war mir klar. Oh, oh, oh. Oh, ja, da hat sich er bewegt jetzt. Zurücksetzen, bitte. Wunderbar, Pan, du bist dran. Bitte zurücksetzen. Kannst du mal den zurücksetzen? Zack. Ähm. 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 Ich hab's zurückgesetzt. Pan, du bist dran. Scheiße, welchen hat er denn genommen? Den da oben. Ja, ich bin halt ein wenig müde. Puh. Okay, oh Gott. So, Tatjana. Komm, Pan, du packst halt, du machst das super. Tatjana ist dran, sie ist ein bisschen müde. Ein bisschen. Das ist schwierig jetzt, ne? Konsens. Der jetzt ist, der jetzt ist tricky. Der hier ist überlegt. Ich müsste den hier. Ich müsste den hier. Nach hier ziehen. Nach hier ziehen. Nach hier ziehen. Ja, dann musst du die in die andere Richtung schnippen. Aber ob das funktioniert, das ist natürlich ein riskantes Unterfangen, weil der Grüne natürlich... Ah, nein. Es ging nicht. Hat aber noch nichts bewegt. Nee, der hat sich nichts bewegt. Nein, 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 nein. Das war nur vom Klicken. Das war nur vom Klicken. Nee, nee, nee. Die haben sich schon bewegt. Ich hab das bei mir in der Aufnahme gesehen. Nee, nee. Den Ding, den du wolltest, hat sich bewegt, ja. Genau. Der Rest, hier, Grundsolide. Hab's ausgemessen vorher. Kannst du das noch probieren, komm. Jetzt hat sich gar nicht bewegt. Das hat sich. Ach du Scheiße, wie soll ich den jetzt rausnehmen? Das ist ja mega tricky. Wobei, ist zurückziehen, also zurücksetzen ist eigentlich voll schwachsinnig? Ja, eigentlich dumm. Das ist eigentlich dumm, ne? Stimmt. Weiterkommen werden. Ja, einfach keine Dinge. Zurücksetzen machen wir nicht mehr. Jetzt, wo Paar nicht mehr dran ist. Alles in Ordnung. Alter, wen soll man denn jetzt da rausnehmen? Das ist ja voll tricky. Wobei, den könnte ich doch nicht. Zeig dir, was du rausnehmen kannst. Ja, der gewichtet aber. Ja, eben. Das habe ich gerade auch gesehen. Das ist das Problem. Boah, das ist ja wirklich schwierig jetzt. Heilige Scheiß. Wie soll man denn da einen Stick rausholen? Wenn du mutig bist, nimmst du einen schwarzen. Den kannst du ein bisschen zur Seite flicken. Oh, oh. Du hast... Das ist ein guter Einwand eigentlich. Das wird nix. Ich glaube, das wird nix. Doch, 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 doch. Wenn er nicht allzu sehr flickt. Nein, nicht so viel Kraft. Warum hast du so viel Kraft reingeballert? Ja, ich wollte den da so rausdrehen, weißt du? Ach so. Okay, jetzt ist Tobi dran. Ja, toll. Welchen nehme ich denn nur? Arschlochtoch. Äh, da hat sich gerade was bewegt. Da hat sich gar nix bewegt. Ja, hat sich bewegt. Doch, hat sich bewegt. Ja, ein Scheiß, der hat sich da bewegt. Der kann sich gar nix bewegt haben. Ja, hier hinten hat sich bewegt. Da kann sich nichts. Setz noch mal zurück, bitte. Okay, pass auf. Setz noch mal zurück, setz mal zurück, setz mal zurück. Okay, okay. Hä? 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 So, jetzt. Hä? Ja, ja, Tobi, das ist voll sinnlos, weil wieso soll sich das bewegen? Das berührt sich doch auch. Dein Leben ist sinnlos. Hä, da hat sich doch gar nix bewegt. Tobi, doch, da hat sich gerade gewebt, dann war der Wind von oben. Ja, aber warte mal, warte mal. Moment, Moment, Moment. Wenn du den schwarzen hebst, dann bewegt sich was. Ja, aber wie soll sich das denn bewegen, wenn die überhaupt nicht connected sind miteinander? Hä, was war das denn? Guck mal, guck mal, wie sollen die sich denn bewegen? Das geht gar nicht. Dann musst du den rausflicken, Tobi. Also dadurch, dass du den auch... Nee, aber Erik, heb du den mal hoch, bitte. Und er ist nirgendwo connected, die können sich nicht bewegen. Okay, 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 okay. Jetzt kann ich ihn hochheben. Aber es ist sinnlos, weil die sind nicht connected miteinander. Das ist Schwachsinn. Und prügel uns fast. Du Schwachsinn. Hä? Hä? Was ist denn mit Tobi, Alter? Das ganze Spiel ist da nicht sinnlos, weil wir auch ständig die Regeln ändern. Oh, Pan, hör mal doch auf jetzt hier. Du hast doch deine Momente jetzt gehabt. Ja, aber ich hab schön gemalt, hast du das gesehen? Ja, warte. Oh nein, die Ify ist weg. Oh. Hab ich die Ify jetzt gehört? Toll. Also Freunde, ich mach mal hier. Für neue Chancen. Ah, cool. Knapp. Schade. Hat viel gebracht. So, Pan ist dran. Pan, komm. Pan. So, seid ihr bereit? Ja, ich bin so ready. Ich war noch nie so ready. Tschüss. Boah, krass, Pan. Gut gemacht. Gut gemacht. Super leid. So, jetzt der nächste Zug, jetzt der nächste Zug. Der Gelbe sieht verlockend aus. Doch, der könnte übergehen. Der könnte... Nee, 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 glaube ich nicht. Der geht. Alter. Der ist aber gelb. Ja, hey, Mann. Da bin ich einfach... Oh, Pan, jetzt räumst du auf. Wobei, ja, das ist halt das verzwingte Gerüst da oben. Jetzt wird die sehr interessant werden. Da geht nichts. Boah, was? Boah, die Fahne. Das war ja ein Pro-Move. Mach mal jetzt mal. Mach mal jetzt aber auch nochmal... Das war ein richtiger Pro-Move. Boah, was? Hat's gewackelt? Nee. Es hat gewackelt, oder? Nein, 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 nein. Ich meine, es hat gewackelt. Nein, nein, bei uns hat nichts gewackelt. Nur wenn Tobi zieht. Ich will... Mann, was ist? Tobi war ein Witz. Tobi war ein Witz. Glaube ich nicht. Reg dich doch nicht auf. Glaube ich aber auch nicht, dass das kein Witz war. Okay. Also war es wohl ein Witz. Oh, das ist... Das ist eine clevere Idee. Okay, nee, du willst jetzt aber... Wagemutig aber sehr clever. Ach den, okay. Ah, ja. Ah, der hat sich ja bewegt. Der Stift von Tobi hat sich bewegt. Alles klar, werbe ich den jetzt einfach wieder rein? Nee, 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 musst du da liegen lassen. Lass liegen. Okay. Zurücksetzen machen wir ja nicht mehr. Ja, okay. So, äh, ich bin dran, ne? Warte, hier, so. Reiner! So, was haben wir... Jetzt ist es natürlich wieder tricky, ne? Das ist jetzt... Oh, das ist mega gef... Wobei, warte mal. Was denn? Erik, geh raus aus meinem Ding. Geh raus aus meinem Sack. Das geht sogar. Wie so nuss ist das denn? Okay, ich könnte versuchen, den hier zu nehmen, aber es... Ja. Ja, okay. Hat sich bewegt. Tobi, du bist dran. Ja, da kann man eigentlich gar keinen nehmen, der sich jetzt nicht bewegt, ne? Du musst jetzt was nehmen. Tobi, der blaue. Du musst den blauen rausflitschen. Der in der Mitte liegt. Den kannst du unter dem grünen durchflitschen, wenn du das nicht gesehen hast. Ja, es wird aber knapp, das wird richtig eng. Okay, das wird... Wobei, Tobi hat Erfahrung mit eng, das geht. Ja, aber wenn ich den blauen unten wegflitsche, bewegt sich der rote. Der da auf den blauen draufliegt. Nee, den linken blauen. Auf dem liegt nichts drauf. Achso, du meinst den hier drüben. Okay, okay. Ach du Scheiße. Wennst du versuchen, in deine Richtung zu flitschen. Tu es einfach, Tobi. Komm, komm. Das könnte... Genau, ich muss in die... Ja. Boah. Hat sich bewegt? Hat keiner gesehen. Hat keiner gesehen. Bei mir hat sich gar nichts bewegt. Hat sich nicht bewegt. Nice. Nice. Ich kenn es dir gar nicht. Okay. Boah, das ist doch schwierig. Tobi, tu es. Schlag zu, Tobi. Das Problem ist, wir müssen irgendwann in diesen Berg ran. Ich mein, theoretisch... Ich mein, theoretisch gesehen, wenn ich den jetzt hier hochhebe, eigentlich... Na, das Gewicht vom Grünen rechts wird den nach... den unteren Grünen nach oben pushen. Warte mal, ich probiere es einfach mal. Irgendwas muss man ja machen. Ah. Ah, schade. Na gut, dann nehme ich den natürlich gerne. Äh. Wie den schwarzen Freund, ne? Ja. Was ist denn da los? Oh Gott. Wer ist dran? Erik ist dran, ne? Ja, aber ganz ehrlich... Komm, du schaffst es, Erik. Komm, Erik. Komm, Erik. Gute Idee. Weißt du was? Ich nehme jetzt mal den gelben da runter und nochmal gucken. Oh. Muss wieder zurücklegen, bitte. Jetzt ist Pan dran. Ja, ich muss das jetzt auch nochmal. Hey. Nolle. Was? 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 Er hat gewackelt. Er hat gewackelt. Nee, gar nichts gewackelt. Er hat gar nichts gewackelt. Wo siehst du das denn? Er hat gewackelt, ja. Er hat nicht gewackelt. Das Einzige, was gewackelt hat, sind meine Titten, wahr? Hey. Aber ist ja auch geil, Tom. Der wackelt nichts mehr, Tom. Ah, schön, Pan. Schön, Pan. Gut gemacht, gut gemacht, Pan. Hey, gut gemacht, Pan jetzt. Jetzt wird's langsam, jetzt lichtet sich das Blatt. Ich glaube, den hättest du sogar einfach nehmen können, oder? Ja, den hättest du einfach nehmen können. Aber egal, Pan liebt halt die Gefahr. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Nee, den würde ich wegflitschen. Den würde ich jetzt mal rausflitschen, da. Weil sonst konnte ich damit nicht mehr. Oh, Pan, oh, Pan. Den würde ich einfach so hochziehen, das ist cool. Hashtag Backseat Gaming. Oh. Ja, geil, den nehmen wir direkt mal mit, ey. Guck mal, wie schnell der Curry hier einsahnt. Ja, natürlich. Einsahnt? Absahnt, meine ich. Absahnt, mein ich. Absahnt, einsahnt. Ja, ich werde jetzt keinen Stick rausholen können, ohne dass ich wacke. Wobei, warte mal. Doch, könnte sein. Nee, nee, kann gar nicht sein. Was glaube ich für eine Scheiße? Oder? Nee, das kann eigentlich... Ist konzentrierend? Nee, das kann nicht sein. Der wird... Irgendeiner wird sich auf jeden Fall bewegen. Der goldene Auskleve... Ich probiere es. ...gibt noch einmal alles. Oh, ach, das wird natürlich schwierig. Ach, fuck. Ja. Ja. Schwieriger Zug. Schwieriger Zug. Ach so, jetzt kann Tobi sich einfach alle nehmen. Oder? Ja. Heißt gar nichts. Heißt gar nichts. Bevor ich jetzt hier groß rummache und so tue, als müsste ich irgendwie so einen Plan haben, ich nehme aber nochmal den hier. Ja, super gemacht. Gut gemacht, Tobi. Geile Nummer. Aber jetzt kommt doch keiner mehr da ran. Oh doch, ich. Hey. Krassbar. So, eigentlich müsstest du jetzt komplett wegnehmen können. Ja. Ja, ja, warte mal. Ich gucke mal da. Also. Pan, raus aus meinem Sack. Du hast gerade geguckt, ich habe es gesehen. Kobi, was? So, ich zähle schon mal die Punkte zusammen. Boah, ich habe gar keinen Bock, keine Mühe. 10, 15, 18, 21, 21, 28, 28, 28. Kann man hier nicht counten machen, ne? So. Ich habe voll keinen Bock, das zu rechnen. Ich habe keinen Bock, gar nicht. Ich bin fertig. Eins, zwei, warte mal. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Mein Sack ist der größte. Wie viele gibt die Hände nochmal? Ach so, zwei. Zwei, vier, sechs, acht, zehn. Zwei, vierzig und was du lachst? Zwei, vier, sechs, acht, zehn. Ich habe den größten Sack gesagt. Ich habe 47, glaube ich. Ich bin zu müde, um zu zählen. Zehn, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Grüne. Die acht sind die acht und zwanzig. Okay. What the fuck? 48. Ach so, steht dabei. Was ist denn da los, Mann? Wie machen die das? Wo ist mein Sack hin? Mein Sack ist weg. Der hat sich aufgelöst. Hey, wo kommt das rote Ding auf einmal her? Warte mal. Was denn? Mein Sack hat sich aufgelöst. Wo ist das rote Ding hier? Wo kommt das her? Dann haben wir 52. Hey. Ich habe 53. Ja. Ah Mann, ey. Ich habe 84. Entschuldigung. Was? Ich habe gewonnen. Hä? Ihr könnt gerne 18 bei mir in der Folge. Aber ich habe auch einen gelben rausgeholt. Nee, ich hatte 48. Die Fussel. Glaube ich. Ich glaube, ich habe 48 gehabt. In den Kommentaren hat bestimmt jemand total aufgepasst und schreibt gerade, wer wirklich gewonnen hat. Jawohl. Aber ich habe 48. Total möchte mein Freund sein. Toll, schön. Das freut mich. Ja, gut. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Wer hat gewonnen? Ja. Tobi, wie viel hast du denn jetzt gehabt? Ach, dann brauchst du das. Guck mal, dann kannst du gar nicht nachzählen da unten. Hä? Hä? Wieso? Ja, das sind 25. Achso. Kannst du deine Hand abzählen. Aber wer hat der denn den Schwarzen? Ja, der Erik hat sich den ja gelogen. Okay, dann hat der Erik gewonnen. Ja, Glückwunsch. Geiler Typ. Tschüss. Voll illegal. Ja. Wir haben alle gewonnen. Wisst ihr, wer gewonnen hat? Unsere Zuschauer. Die Community. Die Zuschauer. Ja, natürlich. Klar. Ich glaube, die haben verloren. Wertvolle Lebensseite. Also, ich glaube, so schlimm waren es gar nicht. Ach, ja. Ich muss ja die ganze Zeit an Sticks denken. Und jedes Wort beende ich mit einem S dahinter. So schlimm war es gar nicht. Schlimmes? Was? Schlimm? Ja, wegen Sticks. Ja, egal. Ich bin raus. Tschüss. Alles klar. Das war unsere einzige Folge Mikado. Ja. Und nächste Folge gibt es dann Umkehr Jenga. Na, schluss nochmal auch noch. Ja, Jenga wäre lustig. Ja, das wäre echt lustig. Aber Umkehr Jenga, wo man immer reinstecken muss? Ja, eben. Das ist doch geil. Ja, aber kennt ihr euch ja aus. Ja, natürlich. Aber nur, wenn Haare drum sind. Was? Was? Okay, dann wären wir wieder bei den Sickerpornos. Tschüss. Tschüss. Was? Tschüss. Ich bring dich um, ich verbrenne dich in der Luft.